Ich bin die Cornelia und ich habe gemeinsam mit meinem Bruder Andreas unverschwendet gegründet. Wir machen aus überschüssigem Obst und Gemüse nachhaltige Feinkost, um so unnötige Lebensmittelabfälle zu vermeiden. Bei uns ist das Schöne, dass wir Obst und Gemüse aus dem Großraum Wien retten. Wir unterstützen damit nicht nur Bauern und Bäuerinnen, sondern wir bringen einfach die Vielfalt von rund um Wien nach Wien. Eine Marmelade ist das Rezept von unserer Oma, ein anderes haben wir gemeinsam mit dem Haubenkoch entwickelt. Den letzten Schliff erhalten unsere Produkte dann in einer geschützten Werkstatt, wo in liebevoller Handarbeit die Deckeletiketten angebracht werden, die unsere Geschichte erzählen. Wir glauben, dass wir eine umfassende Lösung gefunden haben, Obst und Gemüse zu retten und zu nachhaltiger Feinkost zu verarbeiten. Wirtschaft sind wir alle. Alle, die was unternehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017